hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video schön dass ihr wieder mit dabei seid an diesem wunderschönen montag geht es mal wieder um den smart home deal des tages und heute habe ich etwas ganz besonderes für euch nämlich den sigma spark saug und wischroboter einer der besten saug und wischroboter in seiner klasse vor allen dingen aber auch klasse wirklich was er mit der 3d kartennavigation alles anstellen kann das schauen wir uns gleich einmal an den sigma spark bekommt ihr heute anstelle von 369 euro 40 euro günstiger dafür müsst ihr einmal einfach den link in der video beschreibung klicken und dort drunter gibt es einmal unter dem produktpreis den rabattcode den müsst ihr einmal anhaken dann könnt ihr die 40 euro heute sparen ich weiß wie immer nicht wie lange der deal gültig ist das richtet sich komplett nach der auslastung von daher nutzt das definitiv der sigma spark ist einer der besten saugroboter die ich je unter 500 euro testen durfte er besteht eigentlich aus einem sehr sehr design technisch hochwertigen gehäuse hat hier wirklich bis ins kleinste detail sehr sehr qualitativ gute komponenten verbaut und vor allen dingen auch ist mittlerweile bei mir so ein synonym für wirklich einen guten saugroboter er besitzt einen hochqualitativen laser turm der auch nachher bei der navigation des ganzen extremst zu hoher qualität beitragen wird natürlich hat er auch ansonsten eine wischfunktion was mittlerweile bei vielen saugrobotern gefordert wird der sigma spark hat ebenfalls einen wassertank das heißt ihr könnt hier ohne probleme das smart mobbing starten und damit natürlich auch eure böden wischen das ist wirklich sehr sehr gut und wie das funktioniert gucken wir uns auch gleich einmal an nämlich da hat sich auch sieht mal etwas ganz besonderes ausgedacht wenn er bei euch ankommt dann könnt ihr ihn direkt schon einrichten durch ein plug and play verfahren habt ihr den saugroboter wirklich innerhalb von wenigen sekunden eingerichtet das ganze läuft komplett über die hauseigene app und hier haben wir wirklich dann auch die möglichkeit den sigma spark perfekt einmal einzuprogrammieren wenn ihr jetzt die mobbing funktion nutzen wollt könnt ihr hier auch wunderbar einmal den wasserstand einstellen natürlich die wasserstärke sozusagen einstellen je nach verschmutzungsgrad und könnt jederzeit auch die live karte sehen welche nachher euren 3d grundriss perfekt repräsentiert und wo ihr natürlich selbstverständlich bei diesem roboter auch sperrzonen einzeichnen sollt oder komplette reinigungsbereiche festlegen könnt in denen der roboter sich dann einmal bewegen wird natürlich wird die karte auch gespeichert und das ist das weitere sehr sehr gute merkmal dieses saugroboters die kartenspeicherung das haben die günstigeren modelle leider nicht da habt ihr immer nur die live karte hier habt ihr wirklich die kartenspeicherung auch über mehrere segmente das heißt ihr könnt auch mittlerweile über mehrere stockwerke jeweils eine eigene karte einspeichern so dass ihr den roboter einfach nur von stockwerk zu stockwerk setzen müsst und er dann ganz genau weiß auch wo er hinfahren muss was mich hier wirklich extrem begeistert ist diese 360 grad laser navigation dieses wirklich extrem gut erkennt hindernisse durch den großen bumper sowieso schon sehr sehr gut und hat natürlich zusätzlich den vorteil dass sich der roboter komplett ohne probleme im raum bewegen kann was ebenfalls hier super gut gelöst ist ist dass der roboter sehr gut mit teppichen klarkommt gerade höherpreisige modelle haben hier oft extreme probleme und ich persönlich ihr wisst das habe schon einige getestet die hier wirklich stecken geblieben sind beim sigma spark ist das überhaupt nicht der fall der arbeitet sich wirklich hier sehr akribisch durch feinsten flokatis durch und macht diese hier wirklich sehr sehr gut sauber des weiteren natürlich die mehrere zonen steuerung ist der 3d navigation am ende geschuldet funktioniert aber auch extrem gut das heißt selbst wenn ihr sperr zonen habt könnt ihr diese in der app ohne probleme einzeichnen und der roboter wird dann ohne probleme diese zonen umfahren das smart mopping also das wischen funktioniert auch sehr gut mit dem roboter natürlich muss man immer wissen wozu man einen saugroboter einsetzt es kann niemals wirklich die kraft eines menschens bei einem wischvorgang natürlich ersetzen aber wenn man ihn regelmäßig reinigen lässt sorgt er definitiv dafür dass der boden sauber bleibt und vor allen dingen dass das wischergebnis danach streifenfrei und auch ordentlich von statten geht ein ebenfalls gutes feature ist natürlich die sprachsteuerung selbstverständlich könnt ihr hier auch mit dem amazon echo steuern was sehr viel spaß macht ein super gimmick ist und was man im alltag dann auch praktischerweise nutzen kann natürlich kann man ihn aber auch mit der app auf verschiedene zeiten einprogrammieren so dass der roboter vollkommen autark agieren kann und genau weiß wann er los zu fahren hat und welche zonen er dann reinigen muss für alle die vielleicht vorgeschädigt sind von den früheren generationen der saugroboter mit kleinen tanks dieser hier hat einen extrem großen schmutztank so dass ihr hier gar keine probleme habt den roboter wirklich sehr sehr oft hintereinander laufen zu lassen er meckert nicht rum sondern er macht wirklich ohne probleme mehrere reinigungsvorgänge bevor ihr dann den tank einmal leeren müsst das ganze ist noch mal mit einem doppelten hepafilter ausgestattet dadurch habt ihr auch den sehr großen vorteil dass gerade auch die feinsten partikel hängen bleiben und nur saubere luft nach außen ausgegeben wird gerade für haustierbesitzer natürlich der perfekte begleiter für den alltag katzenhaare hundehaare und so weiter haben hier keine chance mehr und werden zuverlässig in dieser schmutzbox einmal aufgefangen meines erachtens eignet sich der sigma spark für jeden der gerade auf der suche ist nach einem smarten reinigungsroboter der günstig ist allerdings trotzdem eine sehr sehr hohe qualität liefert zugegebenermaßen 330 euro standardpreis für das gerät das ist schon eine hausnummer aber gerade im vergleich mit der konkurrenz liefert er schon extrem viel und jetzt natürlich mit den 50 euro rabatt derzeit für 280 euro habt ihr wirklich den perfekten begleiter vom preis leistungsverhältnis gibt es hier kein modell was diesen hier schlagen kann und das macht schon sehr sehr viel spaß wie gesagt der link einmal zum angebot zum deal des tages ist für euch in der infobox drin nutzt das definitiv aus und holt euch den sigma spark wenn ihr auf der suche seid nach einem smarten reinigungsroboter wenn ihr fragen und so weiter habt dann schreibt mir gerne alles einmal in die kommentare ich versuche wie immer wir das von mir kennt so schnell wie möglich auf eure kommentare zu antworten dass auch ihr den deal des tages einmal wahrnehmen könnt bis dahin hoffe ich natürlich es hat euch gefallen ich würde mich unfassbar freuen wenn ihr mir hier auf youtube ein abo da lasst dann verpasst ihr nichts mehr jeden tag in der woche gibt es alle aktuellen deals aus der smartroom aus der technikwelt von daher lasst auf jeden fall ein abo da und ihr verpasst nichts mehr bis dahin wünsche ich euch alles gute ich freue mich auf das nächste video mit euch passt auf euch auf leute und bleibt gesund macht's gut bis zum nächsten video ciao